Hallo, grüß euch heute mit. Schon Hildegard von Bingen hat von der hervorragenden Wirkung von Alain erzählt. Alainwurzel ist das Haupteinsatzgebiet die Lunge. Bei Husten, bei Asthma und chronischer Ronchitis, sowie bei allen Lungenerkrankungen. Sie hilft aber bei Schwierigkeiten der Leber und regt den Gallenfluss an. Wer Lungenkrebs, Asthma oder Bronchitis hat und einen Garten besitzt, derjenige kann sich zur Unterstützung seiner Medikation Alainwurzel im Garten selbst umbauen. Ihr seht, ich habe da auch eine wunderschöne Alainflotzen und die habe ich mir im Vorjahr gekauft. Und die kann man im Herbst, wenn die Blüte so ausschaut, wenn man von der Blüte fast nicht mehr viel sieht, ist die beste Zeit, um in Alain auszukommen. Und man sieht da, die Wurzel, wenn man den auskommt, was das für ein Geflecht ist. Natürlich muss man das dann absolut sauber salbern, damit man ihn für Medikation benutzen kann. Und wenn ich jetzt da hergehe und ich grab da so ein, dann sieht man, was da für ein Wurzelstock an Alainwurzeln umhängt. Und am besten ist immer, wenn man eine Wurzel noch drin lässt, weil dann treibt die im nächsten Jahr wieder richtig stark aus. Da steckt man eh noch ein, da sieht man sich. Und da ist auch noch eine, dann passt das schon. Dann gibt es nächstes Jahr wieder vier und nach dem zweiten, dritten Jahr haben die am meisten Heilkraft rein. So schaut die Alainwurzeln aus. Außerdem wirkt Alainwurzeln noch stark Tumorhemmend. Man kann sich natürlich aus dem Alainwurzeln ein Tee auch machen. Wenn das jetzt sauber ist, das tun wir alles in dünne Scheiben schneiden, umso dünner, umso besser. Und für einen Alainwurzeln übergüßt man an Teelöfe Alainwurzeln mit einer Tasse kochendem Wasser. Und lasst zehn Minuten zirken und fertig ist er. Und von dem trinke ich jeden Tag zwei Tassen. Mehr soll ich nicht trinken. Es gibt auch Menschen, die da leiden in Alainwurzeln nicht. Die haben eine Allergie dagegen. Aber der Großteil der Menschen, der leiten was. Der, weil die Magenschleimhaut einfach ein bisschen reizt. Natürlich kann ich da noch was machen. Ich kann Alainwurzeln noch machen. Dazu brauche ich ungefähr 50 Gramm Alainwurzeln. Und die 50 Gramm, die tue ich in einem Viertel Liter Wodka zwei Tage lang ansetzen. Danach tue ich es mit einem guten Rotwein, mit echt einem guten Rotwein, tue ich es übergießen. Und dann lasse ich es noch zehn weitere Tage in der Dunkelheit, wo es warm ist, zirren. Anschließend tue ich es abseien und in Flaschen füllen. Fertig. Und vom Alainwurzeln nehmen wir jeden Tag ein Schnapsglas. Vor und nach jeder Mahlzeit. Nach sechs Wochen Einnahme von Alainwurzeln macht man vier Wochen eine Pause. Und dann wiederholen wir wieder den Vorgang. So, ich schreibe euch noch alles dazu, was wichtig ist. Und wir alle ansonsten und wirkt im Körper dran. Die werden mitgekommen, dass mein Facebook-Account gelöst worden ist. Ich habe wieder ein Nein. Ich finde es mich an. Und der Alfred Stoss. Fertig. Fertig. Vielen Dank.